Hey, willkommen zu einem ASMR-Video. Meine Community hat mich dazu gezwungen. Mehr oder weniger. Im Grunde haben wir letztens ein Charity Event gemacht. Für Timo. Und wir haben 10.000 Euro zusammenbekommen Ach scheiße nein 11.000 Und ich hab meinem Chat versprochen Wenn wir 6.000 oder 7.000 Knacken, mach ich ein ASMR-Video Also lass uns anfangen Viel Spaß Aber bevor wir beginnen Brauchen wir noch das richtige Outfit Schon viel besser Ich weiß mit der Kapuze Sehe ich ein bisschen aus wie einer vom Kuckucksklan Aber es soll Harry Potter sein Am besten hört ihr das hier mit einem Kopfhörer Dann ist es am angenehmsten Okay das ist ein scheiß Produkt Das hab ich mir irgendwie geiler vorgestellt Lass uns mit was anderem weitermachen ASMR sind ultra verwirrt Scheiße Ich hätte die Bon Snoop Dogg wäre stolz auf mich Oh Mann Das ist mit Abstand das beste Video Was ich jemals hochladen werde Oh Mann So entspannend Wisst ihr worüber ich gerade nachdenke Ich denke gerade darüber nach Dass diese ganzen ASMR-Channels Nur so viele Klicks haben Weil jeder dabei einschläft Und dann im Auto Im Autoplay Diese ganzen Videos anguckt Wisst ihr wie ich meine? Alright Wir müssen noch 6 Minuten Dann können wir 3 mal Werbung schalten Haltet durch Der ehrenhafte Schüssel Des Mitsubishi Space Stars Ich hasse ASMRs Ich weiß nicht wie es euch geht Ihr könnt ja mal an die Kommentare schreiben Oh Mann Das war ja mega angenehm Okay Das nächste was wir benutzen Scheiße mein Headset Das nächste was wir benutzen Ist mein Notizbuch Da schreibe ich immer wichtige Sachen rein Wenn ich auf Arbeit bin Oh Mann Das ist echt angenehm Muskos Oh hey Auf der rechten Seite Sehe ich gerade Dass der Bitcoin Auf 3.300 Dollar gedroppt ist Mega nice Das freut mich Oh ja Hier stehen so wichtige Sachen drin wie Hier steht nichts drin Weil ich arbeitslos bin Okay Ich versuche nochmal die Kette Vielleicht diesmal in einem Glas Vielleicht diesmal in einem Glas Ich fühle mich wie der letzte Bongo Ich weiß nicht Wer hat man da sonst die Videoideen ausgehen Oder fällt es nicht auf Das war ja Kompletter Reinfall Scheiße Okay Ich sage jetzt ein paar Zaubersprüche auf Im Gardium Mit Leviosa Mehr kenne ich leider nicht Sorry Jungs Harry Potter ist scheiße Okay Als nächstes kommt der Marker So geil Ich würde mir am liebsten selber meine ASMR gerade anhören und die wieder aufwachen. Als nächstes kommt die Kevlar in Black Ops 4. Das ist echt super entspannend. Jetzt habe ich euch vorbereitet eine leere Apfelsaftdose, Flasche, Becher, Packung. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ich noch mehr ASMR-Videos machen soll. Ich muss aber zugeben, es macht halt tatsächlich Spaß. Oh, ich habe gerade gerülpst. Geil. Oh Mann, so angenehm. Okay Jungs, eine Sache habe ich für euch noch. Die habe ich von ASMR bedritten, meinem YouTube, also meinem ASMR-YouTube-Lieblings-Channel. Das war kein deutscher Satz, aber ihr wisst, was gemeint ist. Und zwar auf Kontrollern umklicken. Der X-Knopf. Der A-Knopf. Der B-Knopf. Und der Y-Knopf. Der Joystick. Oh Mann, so geil. Mann, das ist echt angenehm. Okay, ich glaube wir sind auf den 10 Minuten. Perfekt. Danke für das auf die Werbung klicken. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt, Kevin hat mal wieder eine gute Idee für ein Video. Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe ihr könntet ein bisschen entspannen. seh, das ist echt gut. Schnauert. Und ich hoffe ihr könntet euch noch auf den letzten Ender. Schnauert schnauert. Schnauert. Ich hoffe ihr müsst euch noch auf die jetzt machen. Schnauert. Schnauert knifte der Chancen. Schnauert. Achso. Achso. Du bist